Wir sind jetzt auf TikTok. Wow, da seid ihr aber ganz früh dran. Danke, Bundesliga. Wir beim DFB erkennen die Trends eben früh. DFB, das war ein Joke, Bruder. Oh, ach so. Na ja, bei uns läuft schon. Fast 30.000 Follower. Wahnsinn, toll, DFB. Also, wir haben nur 3,4 Millionen. Da hab ja ich sogar mehr, DFB. Also, da müsst ihr euch ordentlich ranklotzen. Ja, tun wir auch. Wir wollen jetzt auch die junge Generation erreichen. Klasse, find ich top. Wenn ihr mal gemeinsam was machen wollt, ich bin bereit. Okay, okay, verstehe. Markiert doch alle meine DFB in den Kommentaren, wenn ihr eine Kollabo wollt.